Fluval Qi Aquarium Flüsterleisen Wasserfall und seine vielfältigen Einrichtungsmöglichkeiten schafft das voll ausgestattete Aquarium eine harmonische Umgebung und passt sich überall perfekt ein. Das Fluval Qi ist unter dem Wasserfall mit einer sicheren Niederspannungs-LED-Beleuchtung und einer leistungsstarken Filterung ausgestattet. Das Filtersystem ist einfach zu verwenden und wartungsarm. Es sorgt für kristallklares Wasser und gewährleistet eine gesunde Umgebung für Lebewesen. Das gefilterte Wasser fließt ruhig über das Mittelstück, versorgt das Aquarium mit Sauerstoff und stimuliert den Fluss der positiven Energie. Die leistungsstarken LED-Lampen sorgen für eine brillante Beleuchtung der Pflanzen- und Dekorationsgegenstände. Sie sind eine Quelle für positive Energie. Das Licht des großen Qi Aquariums kann per Fernbedienung gesteuert werden. Dank der unterschiedlichen Dekorationsgegenstände kann jedem Aquarium eine persönliche Note verliehen werden. Sie sind separat erhältlich. Die Dekorationsgegenstände können entweder im Kiesel- oder Pflanzenkorb untergebracht werden. Der Kieselkorb oder zusätzliche Dekorationsgegenstände können auf der Dekorationsablage über dem Filterwürfel abgestellt werden. Sie machen das Geräusch des rieselnden Wassers noch weicher. Um die Fluvalchi-Umgebung abzurunden, kann der Pflanzenkorb mit Dekorationsgegenständen oder natürlichen Pflanzen gefüllt werden. Er lässt sich einfach aus der Pflanzenbox herausnehmen. Alle Zwerggarnelen, Algenfressende Schnecken, Rennschnecken, Geweihschnecken und viele weitere Arten können im Fluvalchi-Aquarium gehalten werden. Vielfältige Dekorationsgegenstände sind für die Fluvalchi-Aquarien erhältlich. Lassen Sie sich durch das Fluvalchi-Aquarium von der geheimnisvollen Welt der Nano-Aquaristik bezaubern und bringen Sie Gleichgewicht und Harmonie in Wohnraum, Büro oder Praxis. Premium-Service für Ihre Hagenprodukte bekommen Sie unter www.hagenservice.de. Eine einzigartige Plattform mit besonderem Service für Ersatzteile, bei Garantiefällen oder Reparaturen und vielen anderen Leistungen.